Mehr Bewertungen im Internet, eine unschlagbare Reputation und noch mehr Empfehlungen zu neuen, attraktiven Kundenprojekten. All das ist doch das, was wir Unternehmer uns immer wünschen. Mehr Bewertungen, mehr Reputation, mehr Neukunden. In diesem Video werde ich dir einen neuen Weg zeigen, wie du genau das sehr einfach erreichen kannst. Und zwar mit Hilfe von KI. Und zwar mit Hilfe von KI-Callern. Also einer künstlichen Intelligenz, die für dich Telefonate führt. Wie das genau funktioniert und wie so ein Live-Gespräch denn auch wirklich klingt, das zeige ich dir jetzt. So, legen wir los. Wir wollen jetzt einmal wissen, wie könnten wir denn aus deinen bestehenden und zufriedenen Kunden mehr Bewertungen holen, damit wir dich bei Google besser platzieren. Mehr Bewertungen für Proven Expert, Trustpilot, welche Plattform auch immer. Das bringt dir eine bessere Reputation und eine bessere Umwandlungsrate. Und wie kriegen wir mehr Empfehlungen zu neuen Kunden? Und das, habe ich ja schon erzählt, macht eine KI. Ich habe jetzt hier den Konstantin. Konstantin habe ich selber gepromptet. Ich habe ihn einfach Konstantin genannt, weil ich den Namen jetzt an der Stelle nett finde. Den gibt es natürlich in weiblicher und männlicher Version. Wir werden uns heute mit einem Mann unterhalten. Konstantin arbeitet übrigens bei uns und ist ein unfassbar engagierter Telefonist. Konstantin als KI kann 24-7 telefonieren. Wird nie krank, macht nie Urlaub, hat nie einen schlechten Tag. Sagt keine Sachen, die sie nicht sagen soll. Und der Gerät schläft nie. Nein, im Ernst, eine KI kann wirklich für dich am Telefon wahre Wunder bewirken. Und wir telefonieren jetzt einfach mal direkt mit dem Konstantin, dass du dir einen Eindruck machen kannst. Wir werden das Szenario auch zweimal durchspielen. Das heißt, ich werde einmal ein zufriedener Kunde sein. Und dann siehst du ganz genau, was passiert daraus. Und einmal bin ich ein unzufriedener Kunde. Und dann siehst du auch, was passiert dann. Dann starten wir einmal direkt durch. Und ich lasse mich jetzt durch Konstantin anrufen. Es klingelt am Telefon. Hallo René, hier ist Konstantin von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, hi. Ja, um was geht es denn? Hey, alles gut. Ich wollte nur kurz nachfragen, wie es dir nach unserem Projekt mit Autima geht. Bist du mit unserer Leistung zufrieden? Ja, also total. Wir haben ja unseren Umsatz wirklich sehr gut steigern können mit unseren bestehenden Leads. Von daher, ich bin total happy. Das freut mich wirklich zu hören, dass ihr euren Umsatz steigern konntet. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Nun, ich wollte dich fragen, ob du dir vielleicht zwei bis drei Minuten Zeit nehmen könntest, um uns eine Google-Bewertung zu schreiben. Damit helfen wir nicht nur anderen, sondern für jede Bewertung pflanzen wir auch einen Baum. Wie klingt das für dich? Ja, na klar. Ist doch gar kein Thema. Mach ich gern. Super, das ist echt klasse von dir. Ich schicke dir gleich den Bewertungslink per E-Mail zu. Und sag mal, so kennst du vielleicht einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die auch von unseren Leistungen profitieren könnte? Wir sind immer auf der Suche nach neuen interessierten Kunden. Ich habe mich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte natürlich mal fragen. Ich habe einen guten Freund. Der ist im Coaching unterwegs. Der ist ein hochpreisiger Coach und der heißt Tobias. Vielleicht ist der für euch spannend. Das klingt doch super. Aber Tobias könnte definitiv interessant für uns sein. Vor allem, wenn er im Hochpreissegment arbeitet. Wenn du ihm von uns erzählst, wäre das klasse. Ich kann dir auch gerne ein paar Infos zukommen lassen, die du ihm weitergeben kannst. Möchtest du, dass ich dir die Informationen per E-Mail schicke? Oder hast du eine andere Idee, wie wir das am besten anstellen? Naja, pass auf. Ich schicke ihm was per Mail. Wenn du mir deinen Online-Kalender mitschickst, dann kann er sich direkt einen Termin bei dir buchen. Klingt nach einem Plan. Ich schicke dir gleich meinen Online-Kalender per E-Mail. Dann kann Tobias sich direkt einen Termin bei mir buchen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich freue mich schon darauf, mit ihm zu sprechen. Klasse, perfekt. Na dann, Konstantin, wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, René, dir auch einen tollen Tag. Ich freue mich auf deine E-Mail und darauf, von Tobias zu hören. Bis bald. Du siehst also, Konstantin hat eine sehr natürliche Sprache, arbeitet sogar mit kleinen Umlauten, nimmt auf, was ich sage. Als ich gesagt habe, Tobias, Hochpreiscoach, hat er gesagt, ja, das ist genau unsere Zielgruppe. Tobias, stell doch gerne den Kontakt her. Wie wollen wir das anstellen? Und kann jetzt natürlich auch dementsprechend wirklich die E-Mails raussenden, die ich angefordert habe. So, probieren wir den Case 2. Ich bin nicht so richtig zufrieden mit der Leistung. Hallo René, hier ist Konstantin von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, habe ich. Um was geht's? Super, danke dir. Ich wollte einfach mal nachfragen, wie es dir mit unserem Projekt ergangen ist. Bist du zufrieden mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben? Gibt es vielleicht noch etwas, das wir für dich tun können? Ach ja. Ja, also alles in allem ist es okay, aber es ist viel Aufwand und im Endeffekt ist eigentlich nicht wirklich das bei rumgekommen, was wir haben wollten. Oh, ich verstehe. Das klingt ja nicht ganz so zufriedenstellend. Was genau hat dir gefehlt oder was hättest du dir anders gewünscht? Ich möchte sicherstellen, dass wir aus dieser Erfahrung lernen und es beim nächsten Mal besser machen können. Also irgendwie, tja, ich weiß nicht, ich habe so, also wir haben alle angeschrieben und die Werbung hat halt einfach nicht so funktioniert, wie es geplant hat. Also wir haben keine so guten Umwandlungsraten und hatten eigentlich so gut wie keine nennenswerten Termine mit neuen Kunden. Das tut mir leid zu hören, dass die Ergebnisse nicht deinen Erwartungen entsprochen haben. Es klingt, als ob die Ansprache oder die Zielgruppe nicht optimal abgestimmt waren. Hast du vielleicht spezifische Rückmeldungen von den Leads erhalten, die dir helfen könnten, die Ansprache zu verbessern? Ich meine, manchmal kann es auch an kleinen Anpassungen liegen, die einen großen Unterschied machen. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir das optimieren können. Also ich habe keine Rückmeldung erhalten. Das ist eigentlich das größte Problem. Das meldet sich einfach wirklich niemand. Das ist natürlich frustrierend und ich kann verstehen, dass das nicht gerade motivierend ist. Es klingt, als ob wir da an der Ansprache oder der Zielgruppe arbeiten müssen. Vielleicht könnten wir gemeinsam einen neuen Ansatz entwickeln, um sicherzustellen, dass die richtigen Leute angesprochen werden und auch reagieren. Wie wäre es, wenn wir einen kurzen Beratungstermin vereinbaren, um das genauer zu besprechen? Dort könnten wir auch die ROI-Garantie durchgehen, die wir anbieten. Was hältst du davon? Ja, können wir machen. Nächste Woche vielleicht Dienstag? Passt dir das um 13 Uhr? Klingt super. Dienstag um 13 Uhr passt mir perfekt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir an den nächsten Schritten zu arbeiten und herauszufinden, wie wir das Ganze optimieren können. Ich schicke dir gleich eine Bestätigung per E-Mail. Bis Dienstag. Du siehst also, eine KI kann auch damit umgehen, dass irgendwas nicht gut läuft. Einfühlsam, spiegelt, labelt mich und macht einen Verbesserungsvorschlag. Möchte nämlich mit mir einen Termin abstimmen. Du willst mehr über KI-Telefonie wissen, wie es funktioniert und wie auch in deinem Unternehmen eine KI nicht nur inbound, sondern vielleicht sogar outbound Gespräche macht, proaktiv für mehr Umsatz, mehr Bewertung oder neue Empfehlungen sorgt? Dann komm einfach auf unsere Webseite und buch dir einen Termin. Ich freue mich schon, mit dir persönlich darüber zu reden. Oh, 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 mit Automatisierung so fein.